Erstmal Servus. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde und dieses Mal machen wir ein herrlich leckeres Rezept und zwar mit Eiern und mit Gemüse. Ein richtig leckeres. Wie immer müssen wir zuerst mal die Zutaten vorbereiten, schälen, schneiden. Dazu benutzen wir auch einen Peral-Schäler von GEFU, um die Karotten und die Zucchini in Spaghetti-Form zu schneiden. Jetzt kommt die Hauptzutat dran, Eier und da brauchen wir sechs Stück. Die verküren wir zusammen mit der Sahne, also wir geben da einen Schuss Zahn hinzu und vermixen das Ganze richtig schön, heftig, kräftig, damit alles schön homogen wird. In die Eier geben wir dann noch eine Prise Pfeffer hinzu. Wir wollen noch ein bisschen Pepp mit im Omelette drin haben, also schneiden wir den Bauchspeck in Streifen und braten den in der Pfanne an. Kurz danach folgen die Zwiebeln und die weiteren Gemüsezutaten. Und dann würzen wir das Ganze noch mit Salz und Pfeffer. Und nochmal ganz wichtig, also wir braten das Gemüse nur kurz an. Kurz aber heftig. Dann leeren wir die Eier über das Gemüse, schalten den Herd herunter und geben die Brathaube auf die Pfanne drauf. Wir warten dann, bis das Omelette einigermaßen durchgezogen ist und wenden dann mit Hilfe eines Tellers das Omelette. Und braten es auch von der anderen Seite nochmal kurz an. Mensch Junge, ich muss sagen, das sieht schon so richtig lecker aus. Ja und kurze Zeit später können wir das Ganze schon herrichten und auftischen, aber wir gehen über und probieren das Ganze erstmal. Und ich bin mir sicher, das schmeckt so richtig lecker. Aber ihr seht, wir sind beim Probieren und wie immer sind wir dann wieder beim Ende angekommen bei dieser Folge von Nobis Kochstunde. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein würdet und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja ganz vergessen, es würde mich natürlich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und es würde mich sogar noch mehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.